Ich rufe Tagesordnungspunkt 36 auf, Dringlicher Antrag Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Fraktion der SPD, Art. 13 Grundgesetzkommission, Drucksache 20, Drucksache 20, Drucksache 20, Wir liegen dazu keine Wortmeldungen vor, deswegen komme ich sofort zur Abstimmung. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen CDU, Grüne und SPD. Wer stimmt dagegen? – Das ist eine Gegenstimme aus der AfD-Fraktion. – Wer enthält sich? – Das sind die FDP und die Fraktionen. – Wieder bei Nichtbeteiligung. – Habe ich das jetzt richtig gesehen, oder habt ihr zugestimmt? – Ihr habt mitgestimmt. – Damit hat der Antrag eine Mehrheit gefunden. So, wir dürfen jetzt ein bisschen wählen. – Danke. – Danke. – Danke.